5 Gründe über unser Essen nachzudenken Hier stehst du einmal die Woche. Rund 50 Euro gibst du dann aus, 200 im Monat. Für 500 Kilo Lebensmittel, die du jährlich isst. Und neben dir wollen das weitere 8 Milliarden Menschen. Doch wie soll das gehen? Werfen wir einen Blick auf Deutschland. Mehr als die Hälfte unseres Landes wird landwirtschaftlich genutzt. Wie hier produziert wird, hat großen Einfluss auf Natur und Tiere. Und auch auf uns Menschen. Nehmen wir diesen Apfel. Rund 32 Mal im Jahr wird er gespritzt. Wenn Bienen und Schmetterlinge vorbeifliegen, vergiftet sie der Pestizidnebel. Und das in Massen. Damit Bauern für uns produzieren können, bekommen sie Unterstützung. Jeder EU-Bürger zahlt dafür durch seine Steuern mehr als 100 Euro im Jahr. Doch das System ist unfair. Es belohnt vor allem große Betriebe. Und nicht jene, die sich für die Natur einsetzen. Es fehlen einfach die Anreize für Bauern, umweltfreundlich zu arbeiten. Weil sich intensive Produktion lohnt, werden Äcker heute oft bis in den letzten Winkel genutzt. Dadurch verschwinden Hecken oder Wiesen mit feuchten Stellen. Arten, die diese Orte brauchen, können daher nicht überleben. Außerdem produzieren wir viel zu viel. Ein Drittel unserer Lebensmittel landen auf dem Müll. Schon auf dem Feld wird krummes Gemüse aussortiert. Auch bei uns zu Hause landet zu viel Essen in der Tonne. Eines ist klar, wir müssen etwas ändern. Wir brauchen ein neues System. Eines, das Bauern belohnt, die nachhaltig arbeiten. Das haben auch die Vereinten Nationen erkannt. Bis 2030 wollen sie nachhaltige Landwirtschaft fördern, weniger Lebensmittel verschwenden und Böden und Lebensräume besser schützen. Doch es liegt auch an uns. Unser Einkauf hat Einfluss. Was auch du für eine nachhaltigere Landwirtschaft tun kannst? nabu.de Landwirtschaft